Das hier hinter mir ist der neue Eriba K600 Campervan. Warum der euch gefallen könnte, das zeige ich euch. Eine Besonderheit ist der VW Crafter mit 177 PS. Den bekommt ihr in drei verschiedenen Farben. Drei Bicolor-Farben, nämlich einmal weiß-rot, weiß-blau und silber-grau. Im Innenraum macht er auch einiges her, denn er adaptiert das Innendesign vom Vanlife. Wir haben einerseits Filzwände, dunkles Holz und diese schöne Möbelfront in blau. Und nicht zu vergessen Armaturenknöpfe in Seidenmatt-Schwarz. Auch im Innenraum habt ihr drei Optionsvarianten, nämlich einmal der Polsterstoff Dayton Cognac, der Polsterstoff Ruby und eine Stoffkombination unter dem Namen Seattle Stone. Mir persönlich gefällt Dayton Cognac am besten. Das Fahrzeug kriegt ihr zum Markteinführungspreis inklusive dem First Edition Paket für 85.400 Euro. Und für mehr Campinginfos folgt uns.